Jeder von uns hat schon mal Bauchbeschwerden gehabt, sei es Durchfall oder genau das Gegenteil, Verstopfung oder einfach irgendwelche Schmerzen, Unwohlsein, Völlegefühl oder ich will jetzt niemanden angucken, Blähung. Aber sind Bauchschmerzen, die man vor der Abgabe eines Projekts oder bei Stress in der Familie hat, dann auch gleich schon Reizdarm? Das klären wir jetzt in diesem Video. Reizdarm, das Wort klingt schon genauso mühsam wie die Krankheit ist. Die typischen Reizdarm Beschwerden sind krampfartige Bauchschmerzen, Neigung zu Durchfall, Verstopfung oder beides im Wechsel, Blähung, Blähbauch, Völlegefühl, Gefühl der unvollständigen Darmentleerung und auch Abgeschlagenheit oder einfach echt Null Energie. Manchmal sind es auch Rückenschmerzen oder Schmerzen beim Wasserlassen. Wenn du jetzt denkst, hallo, hier, ich, hier, genau, das bin genau ich, das passt ganz besonders gut zu mir, dann jetzt richtig gut aufpassen. Reizdarm kann mal mehr oder mal weniger da sein. Man kann es auch manchmal phasenweise gar nicht haben. Typische Dinge, die eine Reizdarmattacke auslösen können, sind Alkohol, aber auch Koffein, bestimmte Nahrungsmittel und vor allem Stress, aber auch abfallender Stress oder Angst. Manchmal gibt es auf den ersten Blick auch gar keinen direkten Auslöser. Da muss man erst mal überlegen, woher kann das denn eigentlich kommen? Und was passiert denn da eigentlich so im Bauch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was passiert, wenn ich Reizdarm habe und wieso habe ich das eigentlich? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß es noch gar nicht genau. Aktuell sind die Überlegungen, dass Muskelkrämpfe im Magen-Darm-Trakt diese Beschwerden verursachen. Also ein Krampf in der Wade, kennt ja jeder, das ist dann so, das tut dann irgendwie weh. Aber stell dir mal vor, hier, da im Darm, da krampft es. Also da, wo sonst eigentlich der Darm schön alles so durchknetet, der ist ja umgeben von Muskeln, sonst könnte der Darm ja nicht das Essen nochmal weiterkneten. Und wenn das krampft, das kann eine Ursache sein. Teilweise soll es wohl auch eine Entzündungsreaktion sein, ja, die hat dann irgendwie einen Einfluss. Und Menschen, die schon früh im Leben starke Belastungen oder Stressoren hatten, die haben scheinbar häufiger Reizdarm. So, die gesamte Darmflora, also die Bakterien, die in deinem Darm leben und ohne die dann nichts laufen würde, die sollen auch noch einen starken Einfluss haben. Menschen mit einer guten Zusammensetzung ihrer Darmbakterien haben weniger Probleme als Menschen, wo eben nicht alles im Gleichgewicht ist. Jetzt ist aber nicht alles, was länger anhält, gleich ein Reizdarm. Das kann ich erstmal beruhigen. Es kann auch was anderes sein. Deswegen ist eine genaue Untersuchung notwendig. Die ist jetzt nicht das Allertollste, aber damit du dann wirklich weißt, habe ich Reizdarm oder nicht oder was sind die anderen Ursachen oder die Ursache für meine Verdauungsprobleme? Es ist ja schon sinnvoll, sich mal einmal richtig durchchecken zu lassen. Wenn du Probleme hast, dann führe mal ein kleines Stuhltagebuch. Das klingt total bescheuert, aber das wirkt, um mal sozusagen zu verstehen, woher kommt das denn eigentlich? Ich zeig dir das mal. Wir visualisieren das jetzt. Du gehst zum Arzt. Der Arzt sagt, wie ist es denn mit der Verdauung? Naja, nicht in Ordnung. Was ist denn nicht in Ordnung? Ja, schwer zu sagen. Na, was ist denn das Hauptproblem? Hm, mal nachdenken. Viel geiler ist doch, wie ist es denn mit dem Stuhlgang? Bam, Doc, hier, just for you habe ich mein Stuhltagebuch dabei. Da steht alles drin. Wann, wie, wie oft? Alles super aufgeschrieben. Manchmal sogar farblich noch dazu. Und wenn du Lust hast, Doc, auf der letzten Seite habe ich ein bisschen Platz für dich gelassen. Hashtag Poesiealbum. Aber merkst schon, das Stuhltagebuch bringt es, weil man genau sagen kann, heute, wann, wie und so weiter und so fort. Machen die Ärzte im Krankenhaus auch. Je nachdem, welche Vermutung der Arzt oder die Ärztin dann hat, kann er dann oder sie eine Reihe von Untersuchungen vornehmen. Zum Beispiel Blutuntersuchung, Test auf Blut im Stuhl. Eine rektale Tastuntersuchung, ja, manchmal muss auch getastet werden. Eine Ultraschalluntersuchung, Untersuchung des Bauchs, vielleicht auch eine Darmspiegelung, Untersuchung des Stuhls auf Parasiten wie Würmer, aber auch Entzündungsmarker. Vielleicht auch ein Test auf eine Nahrungsunverträglichkeit von Laktose, Fructose, sonst was Toleranz testen, um auch zu gucken, ist da vielleicht eine Zöliakie. Und bei Frauen, ganz wichtig, natürlich auch eine gynäkologische Untersuchung. So, und jetzt hat der Doc oder die Ärztin da alles ausgeschlossen und gesagt, ich habe Reizdarm. Wie geht es dann weiter? Mal ganz ehrlich gesagt, das gilt auch für alle anderen, wo alles um den Bauchnabel rum wunderbar in Ordnung ist. Es gibt ein paar generelle Dinge, auf die man mit Reizdarm achten sollte und gesunde eben, wie ich gerade gesagt habe, auch. Und die helfen wirklich tatsächlich ganz gut. Das eine ist regelmäßige, am besten selbst zubereitete Mahlzeiten. Keine Mahlzeiten auslassen, nicht hastig essen, wie Oma immer schon gesagt hat. Rausfinden, welche Nahrungsmittel nicht so gut sind. Das kann bei Reizdarm großen Einfluss haben. Entspannungsübungen und Ding Dong, Ausdauersport. Hilft auch sehr, sehr gut. Leider gibt es, beziehungsweise gibt es noch nicht, das eine Medikament gegen Reizdarm. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es in Zukunft den Forschern auch noch die eine oder andere Lampe aufgehen wird, weil sie dann merken, alles, was wir bisher als Reizdarm deklariert haben, sind doch fünf völlig unterschiedliche Erkrankungen. So ist das halt in der Medizin, dass man erst mit der Zeit draufkommt, das sind vielleicht doch ganz andere Sachen, die man auch unterschiedlich behandeln kann. Also wie gesagt, oder wie man so schön sagt, zusammengefasst, es muss nicht immer gleich Reizdarm sein. Manchmal fühlt sich das alles irgendwie so an und wenn man dann überlegt, was wir unserem Armklein-Magen-Darm-Trakt so antun, den Tag über. Stress, schlechte Ernährung, beziehungsweise natürlich, also ich esse nur ganz, ganz, ganz selten so ein bisschen ungesund. Nee, komm, Hans auf Herz, wenn du wirklich einfach ungesund isst, viel Stress hast, ja du, also dann fliegt mir meinen Bauch auch um die Ohren. Ja, deswegen sei gut zu dir selbst und wenn du noch Fragen hast oder nicht weiter weißt, hello, dafür ist deine Ärztin oder dein Arzt da und dann sind die Chancen auch ganz gut, dass es mit der Verdauung wieder klappt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.